Dieses zu veräußernde renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Reihenenthaus steht in Berlin. Das im Jahr 1956 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 242 m² weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 85 m² auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 349.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Websitekt werden Sie in Grfor ver somet O pages und cards zu deven an Ezeptbreicht. ام Darwin Vielen Dank.